Der nächste Standard, der jetzt auf die Hand kommt, ne? So, okay. Nummer 3, ne? Ja. Das ist die Nummer 3, die jetzt auf die Hand kommt, ne? So, gut. Alles gut, bitte, bitte, ja? So. Alles ist gut, ne? So. Der Waldschirm, ja? So. Der Waldschirm. Ja. Hallo. So. 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 1, 2, 3, 1, das ist alles klar. 2, bitte. 2, 1, das ist alles klar. 3, 2, 1, das ist alles klar. 3, 2, 1, das ist alles klar. 4, 3, 2, das ist alles klar. 5, 2, 3, 2, 1, das ist alles klar. Ja, das ist gut. Alles ist gut. Alles gut. Alles gut. Flugbetrieb in Hamburg. Flugbetrieb in Hamburg läuft wieder. FDP will Unterlückungsausschuss vom Wanderfahre. Lämpfe feiert den Handball weiter. Was das am Sommer heute ist, ist das Befehlstein, Hamburg und Nordrhein-Westfalen, muss erst noch beurteilen, aber wird auch dort Freunde bekommen, weil der Flugbetrieb auch bald kommt und zu diesem Fall zu sehen. Die Flugbetrieb in Hamburg läuft wieder. FDP will Unterlückungsausschuss vom Wanderfahre. Nach dem Stromabfall kommt es aber noch Flugzeugausfälle und Versteckungen in Hamburg. Körnfeld ist richtig. Das liegt nun auch heute Morgen noch häufig an den Anzeigetagen der Flughafen in Hamburg. Nach dem gestern 5 Uhr im Heimflieger abliegen konnte, stecken die ersten Flugzeuge im Wissensfall wieder ein. Es kommt aber weiterhin zu Verstärkungen und Flugausfällen. Viele Reibende waren in der Nacht noch zu anderen Flughafen gewählen oder haben nicht vergefahren. Manche müssen die Flughafen übernachten oder sich eine Unterkunft suchen. Ob wir heute ablegen, haben zum Beispiel Gesellschaftsabstatt für eine Flugzeuge mit Flughafen, dass allen Reibenden sich vorab sah, bei der Erdbeiratung zu leben, ob und wann die Flieger heute starten. Zumindest bevor er ist bei der Flughafen in Hamburg. FDP will Unterlückhausausfluss für eine Flughafen ab. Das ist sicherlich gesagt, dass die Flughafen in der Flughafen die Seite der FDP liefern. Die meine molta Führerin hat nun begründet, dass die Einwirkungen, dass die Flughafen in der Flughafen dauern würde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hallo? Ja, was ist los? Wo? Hallo? 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 Kalki und Kalki 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.